Musik Heute für euch 5 schnelle Pranks zum Nachmachen. Los geht's! Nummer 5 Ihr braucht eine Packung Milch und einen Luftballon. Schraubt den Deckel der Milchpackung ab, spannt den Ballon so über das Gewinde und drückt die Milch aus der Packung in den Ballon. Anschließend solltet ihr den Ballon so zudrehen, damit keine Milch vorzeitig aus dem Ballon entweichen kann. Schneidet dann mit der Schere so den Boden der Milchpackung ab. Steckt jetzt den Ballon von unten in die Packung, spannt ihn über die Öffnung und verschließt das Ganze wieder mit dem Deckel. Dreht jetzt den Ballon über den herausgeschnittenen Boden von unten wieder gerade. Wenn nun jemand die Milchpackung öffnet, passiert folgendes. Und die Nummer 4 Drückt, um ein wenig Platz zu schaffen, den Ketchup aus der Ketchupflasche und gibt anschließend ein Päckchen Backpulver hinein. Wenn nun jemand die Flasche schüttelt, entsteht durch eine Reaktion Druck in der Flasche und beim Öffnen läuft der Ketchup wie von selbst aus der Flasche raus. Was für eine Schweinerei! Und die Nummer 3 Schneidet eine Zucchini so auf und zerteilt die anschließend in Würfel. Das gleiche macht ihr auch mit ein paar Zwiebeln. Steckt jetzt die Zucchini und Zwiebelwürfel sowie ein paar Cocktailtomaten auf Schaschlikspieße. Anschließend umschließt ihr die Spieße mit geschmolzener Schokolade. Nach etwa 20 Minuten im Kühlschrank könnt ihr diese Spieße euren Freunden als leckere Süßigkeiten anbieten. Hmhm, guten Appetit! Und damit kommen wir zu Nummer 2 Kurz und knackig, gebt einfach ein paar Löffel Mehl von oben in den Föhn. Wenn euer Opfer dann den Föhn benutzt, schießt das Mehl aus dem Föhn heraus und es gibt eine Riesensauerei. Mehl in nassen Haaren, das stelle ich mir sehr geil vor. Und damit sind wir heute auch schon bei der Nummer 1. Öffnet den Klodeckel eurer Toilette, spannt etwas Frischhaltefolie schön glatt über die Kloschüssel und schließt den Klodeckel wieder. Eure Kloschüssel bleibt so immer schön sauber und der Hintern eures Opfers bleibt dann, ähm, ja. Na gut Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, diese kurzen, einfachen Pranks, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch, schaut euch einfach das letzte Video an und vergisst nicht dem Kanal ein Abo da zu lassen. Wir sehen uns auf den folgenden weiteren Tagen im Adventskalender. Peace!